Okay, wir spielen weit oder flicht. Oh nee, letztes Mal haben alle gelacht. Wahrheit, hast du heute eine neue Unterhose an? Ich habe nie eine an. Okay, flicht, frisst den Blut. Los. Hey, bist du der Neue? Ja. Hör zu, wir sind hier die Coolen. Und wenn du Spaß haben möchtest, dann musst du dich an uns halten. Verstanden? Okay. Dann sagen wir dir später mal, was deine Aufgabe für die Aufnahmeprüfung ist. Den machen wir platt. Hey, nicht so heftig. Der ist doch neu. Was ist denn mit dir im Lappen? Hey Digga, kommen wir jetzt zu deiner Aufgabe. Pflicht oder Pflicht? Pflicht? Geh zu Marie und küsse sie vor allen anderen. Nicht dein Ernst. Ich bin hier der Boss. Los. Ja okay, ich mach's. Soll sie aus. Woher ist sie ein guter Arbeit? Wir sehen uns alles eben. Ja. Da haben wir einen halben. Also das heißt Willemite. Ja. Überfall auf die Bank. Ja, irgendwie mit dem Presslufthammer durch. Ey, der Neue, der wird sich jetzt gleich richtig planieren. Der Neue. Der Neue. Ja, der Neue. Oh, okay. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Müller. Caps up. Was macht der? Entschuldigung. What the hell? Ey, der hat sich ja richtig zum Affen gemacht. Was für ein Loser. Jetzt kriegt er noch eins drauf. Hä, findet ihr? Was soll er machen? Den Schlüssel vom Hausmeister-Clown. Nein, vom Dachspringen ist doch viel cooler. Alter, er soll doch nicht draufgehen. Schlüssel-Clown ist viel, viel besser. Schlüssel ist cooler. Okay, alles klar. Hey, da kommt er ja. Jetzt die zweite Aufgabe, du Lauch. Wie, noch eine? Klar. Klau die Schlüssel vom Hausmeister. Er lässt sie jeden Morgen beim Kontrollgang im Schloss stecken. Ja, okay. Suchst du was? Na ja, äh, nein. Haben die Typen dir wieder einen Auftrag gegeben? Ja, okay. Sie haben gesagt, ich soll dem Hausmeister die Schlüssel klauen. Den Auftrag geben sie allen neuen Kindern. Willst du nicht lieber mit uns spielen und abhängen? Ja, okay. Eins noch. Ich möchte nicht mehr geküsst werden, ohne davor gefragt zu werden. Verstanden. Hey, der sitzt bestimmt schon beim Rektor. Wetten? Na ja, vielleicht. Seid ihr euch da so sicher? Ist doch egal, wir spielen weiter. Wahrheit oder Pflicht. Ich hab keinen Bock mehr auf deine Spielchen. Ich auch nicht. Nimm deine Kappe. Hey Leute, es tut mir wirklich leid. Darf ich mitspielen? Wie heißt du? Luise. Okay, Luise spielt. Luise spielt. Du hast gleich drei Würmer. Los. Vergiss es. Los, weiter. Ist doch deine Würmer selbst. Was macht ihr? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Willst du mitspielen? Ja. Okay, komm, verstecken Anschlag. Gebt neben dir. 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 Gutge converted seit 13 Jahren. Gebt neben dir. Neuner. Bebt neben dir. Gebt neben dir. Bis zum nächsten Mal.